hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen part und das hier jetzt mit welt zwei würfel wir haben letztes mal gar nicht vorgelesen weil das ein flashback fahrt war da haben wir gesammelt also der erste flashback fahrt und jetzt welt zwei würfel oder rätsel hau sie weg im rätselhaus wo es fünf sterne gibt und das ist sogar together weil beim ersten level war es ja alleine im ersten level muss mehr alleine spielen dieses komische willkommen im rätsel nicht wir kommen im rätsel haus du musst bestätigen hier findest du in jedem raum einen grünen stern versuche so viele wie möglich einzusammeln und nun tritt also so das was es in supermacht spielt die land auch da müssen wir hinein wir müssen jetzt immer so zehn sekunden rätsel machen weil und die hier sind die rätsel aber noch einfach nämlich einfach die typen zu besiegen was wir selbst schon hier ständig schaffen das schaffen wir selbst hier schon nicht weil du mir die ganze alte speck ja mal ich dachte du bist du schlecht ja du hast die krone doch mal du kannst auch machen muss weil weißt du die muss die muss die runterholen warte vater machen und dann auf den kopf springer ja ja das machen warte warte jetzt vielleicht ich habe gel Shine du hast nur gewonnen weil du 5.000 auch wegen der Krone kriegs das finde ich verarschung ja kommt es ist ein Jahr 5 Sterne der Luxe kommen das hätten aber auch im kino alex gloria auch noch im letzten paar drei machen alter durch ich habe sogar gebunden aber das war war jetzt noch einfach aber ich denke das wird in den nächsten paar schwieriger knapp hast du mal nicht wie viel bedienung an nein wie gesagt wir machen ein gesteht was zu essen apropos essen ich muss was trinken also wie der breite der wiese schmulette das war also wie gesagt nach der zweiten welt noch mit einem flashback ich finde so geil wie der galumba halt wohl galumba jetzt also rumstellt ja nach der zweiten welt machen wir noch mal aber ich brauche jetzt mal erst mal wollen wir zu diesen alten so dann schwimmen wir 2.5 auf dem doppelkirchen berg oh mein gott du hast mal den titel vorgelegt das geht nicht was mir die rolle geklaut jetzt bin ich wenigstens wieder satt warte hier ist vielleicht drin es wäre voll fies wenn die hier so ein stempel verstecken würden gleich am anfang das mit der kurschen muss man die anderen ah ja das sind die level wo wir dann zu zweit werden geil als steuer ich beide ist es schwierig echt schwierig und ich bin nicht multitask ich bin ich das hättest du machen sollen junge aber obwohl eigentlich ist besser weil ich habe den katzenanzug da haben wir zwei aber du musst auch passen hier kommen die frage sterbe ich sterbe ich schon wenn ich nur einmal getroffen werde wenn einer ich kann ich nicht ach so jetzt ist schon einer von mir gestorben ja das ist das finde ich geil also es war also für mich als die den neuen trailer gezeigt haben damals den zweiten sah es so aus als hätten die donkey countrymacher hier alles mitgemacht und sie hatten angst donkey country tropical freeze raus zu hauen weil das spiel ja hier auch so gut wird und deswegen haben sie dann gelassen es ist voll lustig h stern muss man da zwei gleichzeitig machen dann muss man die alten das cool ist ja hat man dann item doppel power ist gut ist nein du hast zwei leben ja aber dafür musst du auch doppelt aufpassen warte kabel mal hoch kann ich hatte ich mache warte hinter uns vielleicht ist das stern nein du musst es ja jetzt schon vor gehen sie aggressiv waren hier kann nämlich auch mal leicht zum ständen versteckt sein das war jetzt echt nicht schwer wenig das hätten sich jetzt wieder sparen haben wir jetzt schon drei trotz habe ich drei trotz das ist eine coole neuerung das top ist aber der eine hat nur die krone warte 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 hier ist was okay ich weiß was wir machen müssen warte kommen her komm her ja mache ich doch ich muss ja doch so ein ding drauf sollte ich bin ich fünf junger junger jetzt bin ich mit hab hier ist du das rätseln ja ich muss das war mit fünf trotz unterwegs sein also ich drücke drauf okay wir haben sternen gekriegt doch da doch da waren grünen du hörst den sound nicht doch der war da ist aber nicht eingesammelt doch den hat man nicht gesehen haben eben den jungen pass auf wir haben eben den zweiten eingesammelt mit dem rätsel seines war erst das war der zweite junge junge ich habe den ton gehört dass wir den stern eingesammelt haben und auch selbst gesehen da war nicht mal sichtbar junge da war nicht mal sichtbar da war da muss man einfach hochspielen das war halt ein rätsel dass der war richtig schwer versteckt im gegensatz zu dem ersten den ersten hätte sich sparen können nicht in die roche gehen nein hier ist vielleicht noch was versteckt nein ich komme nicht hoch ich kann auch nicht machen mit 5 in blase kannst du dich machen ja genau mit in glas weiß nicht geht es echt nicht nein es geht nicht so jetzt bin ich hier mit fünf trotz an der seite jetzt kannst du was machen ja die zeit bist du so doof alter ja warum das ist doch echt doof an dir da hast du eh bis hier dann da muss mich mit vierte aber wir haben noch nicht den weg mit vier drauf stellen ja was machen die kompakt kommt ja das geht nicht mit dem vier es geht nicht alter mit diesen weg sondern gestern mit der zeit da kriegen wir bestimmt auch den dritten stern oder halt den stempel geht gar nicht also die machen die level jetzt noch mal wir waschen jetzt durch aber wir haben den stempel ja so hat so aber uns fehlt ein stern und den kriegt man da ich will wenigstens alle sterne in diesem ganzen in diesem in dieser ganzen welt ja muss man ihr schloss auf freikaufen also muss man da bin ich glaube schon aber das ist die wir noch mal eine level ich habe zwar nicht gehört aber das hat gerade gesagt gebildet bei münzlein ja also du musst das sagt also das ist ja wenn die fünf dinge nein wir müssen einfach jeder einhaben jeder einen papier sus und dann stellen wir uns darauf aber theoretisch wenn man zu viel spielt kann man sich auch einfach überzuschieten ich habe gesagt gibt mir die kirche wenn der eine kommt da gibt es mir hier ist eine kursche und jetzt wir jetzt raschen wir durch hier lang ich will gerade die vor der höhere steht ja du hast die feuerflogen springen hoch einfach springen einfach hoch weil die von hier hast ich bin gestorben waren bist du da die haben mich abgeschossen und ich konnte mich sich hallo ich konnte mich sie ich konnte mich nicht mal sehen hier das ist ja ach wir haben dafür ein stempel gekriegt ja gibt mir die kirche ich mache ich mache ich mache ich kann ja aber nicht die kirche vielleicht automatisch so aus hinter dir so ein wichser einfach in die röhre gehen dann kommt ich bin tot mit dem ein mann alter jetzt kommt es mehr wir müssen den kill schon vergessen jetzt kommt keiner die besorgen sagt schau mal ein level in einem ich bin nur einer ist auch was hinterm ziel nein da wird der letzte stern sein was da haben wir ein schweiger aber vorhin warst du schon über fünf deswegen wenn es uns das jetzt nicht gibt ich wollte jetzt schon sagen wenn es das jetzt nur hilft an die goldene fahne zu springen und raste ich aus hätte uns das nur geholfen für die goldene fahne ich habe die goldene fahne geholt da will ich jetzt wissen wie die auch welche farbe die jetzt auch darauf welches gesicht der ist auf der auberfläche hat naja das richtige ist ich glaube du weil du könig bist ja das ist das gesicht was es verdient hat was seine scheiter so ist die frage wollen wir jetzt noch den enden mit den letzten der geschaffen haben noch zwei minuten zeit neuer waren wir wollen kommen wir jetzt in das items aus items haus nein lass uns auch nein lass uns den level jetzt noch spielen in die welt beenden du hast gesagt im nächsten part gibt es ein flashback part sonst haben wir im nächsten paar zwei minuten wenn der jetzt nur drei minuten geht junger ich würde den namen vorlesen welt kassel 2 pausa kugel willi karlone kolone 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 ist es so schwer ja da sind schüler gail und und da sind panzer diese teile sind so scheiße hinter den hinten ach so das ist ein squalling level ja 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 jetzt habe ich meine feuerblumen nicht mehr ist verarschung hier kriegst du doch wieder da kannst du jetzt selbst schießen das brauchen wir bestimmt für irgendeinen sterne brauchen wir bestimmt für irgendeinen sterne warte vielleicht kommt wir brauchen hier alle stellen wo echt kopf der erstes jahr ich hab den einen abgeknallt und da ist auch ein item das ist neues item was du hast du bist vorgegangen also was kann ich dafür ja komm einfach mit ja ich konnte es noch nicht mal es ging noch nicht mal weiter wo du warst manchmal können hier hinter auf sterne versteckt werden das ist natürlich der stempel sind glaube in dem bau sagt schlössen immer schwierig versteckt scheiße 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 je steuerst du an dann kriegen wir keine dingste ja da oben ist der stempel hätte was ist das eine verarschung ja kommen wir nicht daran ja machen wir nichts jetzt nix auf der spitze der flashback warte wollen wir der katze haben auch mit den kanonen recht na klar sie ist es nicht scheiße ja okay das machen wir nicht im nächsten part des spektrums müssen aber noch den anderen besiegen ist jetzt gleich mal ja naja sonst bonbon bonbon unter bonbon ich war auf den drauf jungen nein es kann man mit dem nicht es geht bis irgendwie wieder 1000 leben ja du springst drauf der wird sogar invisible invisible also unsichtbar ich halte kein englisch dankeschön der wird im wiese will ich hätte du hättest mich auch an die einfach abkneiden also uns fehlt ein stern den haben wir gesehen der eine stern ja und der stern ist dann am schluss den hohen beim nächsten mal kommt die frage ist kommen die sachenkampf oder hat bumbum der in dem bewacht warte nach hinten vielleicht ist er auf der stern ist doch kein stelle ist ja ein bisschen unglössig kann doch mal an die fahrendspitze kommen ja die muss an die fahrendspitze kommen ja hier einfach warte doch auf mich also ich bin groß du kommst hier an die fahrendspitze bis klein ich bin groß ich kann höher springen ja und du bist zu früh abgesprungen dazu sage ich jetzt mal du hast bestimmt geworden weil du die ganzen anderen allen abkneiden konnte ich bin eigentlich der typ der hier alles macht und dann kriegt lachs hat immer die krone aufgesetzt ja 47 also wir sind schon gut ich glaube was glaubst du wie viele sternen es gibt 100 200 gelbe wieder eine röhre dran bauen gelbe glaube ich oder johanna oder keine ahnung was ich glaube johanna habe ich damals gesagt weil wir nennen die jetzt einfach nach dem farben also grünen also den klee haben wir schon nein emily hieß die jahre aber die nennen wir nicht mehr in die emily weil wir jetzt einfach grünen gelbe ich werde jetzt auf dem part beenden nein wir gucken jetzt noch an die weg zur welt also wie die anguckt weil wir sind alle gespannt auf dem nächsten paar auf dem nächsten vater kommt ein flashback und das ist ein alter oh mein gott wie geil sieht diese welt aus und jetzt müssen wir schon jetzt müssen wir blaue befreien als man wie so nennen wir den mann wiesen nicht jemand glaube die welt sieht auf dem ersten weg voll hammer aus ja aber nächstes mal geht es weiter in der krühe in der anderen welt also ich halte wieder ein leute wenn es wieder heißt flashback part und wenn ihr keinen bock habt auf den flashback part schaltet übermorgen wieder ein wenn es wieder heißt um welt 3 die eiswelt und zusammelt sich schon fleißig müssen aber nicht weiterlaufen weil jetzt wir wollen jetzt den part beenden schüssen leute